Herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei SASEK TV. Heute geht es um die Sexualerziehung unserer Kinder. Das ist meine Privatsache, sagen manche Eltern, ohne zu wissen, dass unsere Familienpolitik schon lange bei der Sexualerziehung mitmischt und auch zukünftig mitmischen will. Wussten Sie, dass die gesetzliche Legalisierung sexueller Kontakte mit Minderjährigen bereits in vollem Gange ist? Sexualunterricht für Kinder ab vier Jahren schon lange geplant? In der Schweiz sollen diese Ziele durch externe Sexualpädagogen quasi an den Lehrern vorbei umgesetzt werden. Dazu gibt es ein sogenanntes Grundlagenpapier vom Kompetenzzentrum Sozialpädagogik und Schule. Darin werden die angeblichen Interessen der Kinder gezielt zur Grundlage der neuen Sexualerziehung herbeigezogen. Das sind beispielsweise lustvolle Selbsterkennung durch genitale Spiele, erotisches Interesse an den Eltern durch Rollenspiele, Selbststimulation und bewusste Kontakte mit Pornografie. Wie sieht eine Unterrichtsstunde ganz praktisch aus? Welche Fragen stellen die Lehrer? Wie geht es dabei den minderjährigen Schülern? Welche Hilfsmittel werden dabei eingesetzt? Dieser Dokumentarfilm wird sehr konkret. Die Autoren gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie zeigen die Ursprünge dieser Pädagogik. Wer war Doktor Sex überhaupt? Wie ist das sexuell freie Denken entstanden? Urväter der Frühsexualisierung liefert Fakten, Namen und Antworten zu Entwicklungen, über die wir entschieden zu wenig wissen. Für Kinder unter 16 Jahren ist diese Dokumentation nicht geeignet. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen.